Musik Moin Leute, da bin ich wieder mit einer neuen Folge von Dragon Quest Builders. Ja, ich hab's endlich hingekriegt. Ich hab irgendwie, mein Spiel ist nicht angenommen, dass ich die Tasten gedrückt hab. Ich hab's immer wieder versucht und irgendwann ging's dann. Ja, und jetzt geben wir die Aufgabe gerade ab. Darst du mir meine Anleitung? Ich hab's immer wieder versucht. Ich hab's never used die Karte zu tun. Ich hab's always wieder versucht. Juss, wir müssen sich die Karte an행end haben. Ja, gut Ja, das ganze Hof von dem Boy schwimmt hier durch die Gegend Jetzt müsste ich doch dann eigentlich die anderen beiden Aufgaben machen können, ne? Für die Mini-Medaillen Jetzt muss ich sie nur wiederfinden Das könnte... Da ist einer Da links ist der andere Ich check das mal ab Ich bin mir nämlich unsicher Entweder ich soll da das Wasser rein machen Oder rausholen Ja, gut Ja, gut Ja, gut Ja, gut Scheint nicht richtig zu sein Jedenfalls nicht an dieser Stelle Okay Okay Aber an der anderen Stelle, wo ich vorhin war und nicht vorankam Da lag es ja dann wirklich dran, dass nicht genug Wasser da war, oder? Ah, du hast ja wieder hier eventuell Samen für mich Genau Dann noch eine Krabbe vermöbeln Dann noch eine Krabbe vermöbeln Boah, Alter Boah, Alter Boah, Alter Tatsache So, ein Mini-Medaille abgegriffen Aber den anderen da habe ich immer noch nicht verstanden So, ich glaube, ich kann jetzt zurück, ne? Daher So, springen So, gut Boah, Alter Ich kann hier schon wieder so viel machen Erstmal alles einsammeln So, was Ja Ja, ich bin halt richtig krasser Macker und so, ne? Also Ja, ist klar Oh Gott Du hast doch eine Meise Okay Okay Gut Gut Das, äh Dann muss ich einmal auf meinen hier zugreifen Ich brauche auf jeden Fall Ich brauche auf jeden Fall Ja, die verdorbene Erde möchte ich ungern nehmen Nehmen wir mal hier Dielenboden Ja, ich brauche es nicht zu einem Ja, ich brauche es nicht zu einem Oh Okay Machen wir hier noch Stufen Hm Hm Alter, was für eine Fingerarbeit hier. Ja, wieder falsch. Oh Junge, setz das doch da hin. So, nicht zu viel, nicht zu viel. So, schwimmen tut das Feld jetzt. Oh, okay. Das war's für heute. Aha Aber genau das ist doch jetzt gerade geschehen, oder nicht? O lyrics Da geht es doch nicht Entschuldig Entschuldig Ich bin Hä? Okay Jetzt bin ich gespannt Zeichnet Badehaus, ja Das habe ich mir schon gedacht Ja, ha Ja, ha Oh 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 Okay So Oh Okay Get off, get off Oh Oh Okay Ja, okay Zuckerrohr hätte ich dann auch schon mal verstanden Ist eigentlich ganz easy So Jetzt soll ich noch ein Badehaus bauen Bitteschön soll das denn jetzt hin Okay 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 Erstmal brauche ich Weichholz Und Dielenboden Okay Okay Weichholz scheine ich nicht zu besitzen So nochmal schauen Wie viele lagen Wie viele lagen? Zwei Okay 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 Oh Junge, nerv nicht Mensch ey Gut, Dealenboden ist fertig Ich wollte noch mal die Treppe haben Okay Ach, weißt du was, Jacke die Hose So, wir sind jetzt bei 17 Minuten Ich brauch jetzt noch Weichholz Weichholz, da Nehmen wir mal 4 So, dann können wir jetzt auch gleich gucken Was können wir noch bauen Den brauchen wir einmal Dann brauchen wir Den dreimal Den brauchen wir einmal Gut Dann sollten wir jetzt eigentlich alles gebraut haben Was wir brauchen Gut Guck Gut, Weichholz ist auch fertig. Tür vorhaben. Du sollst dahin. Okay, kleiner Raum ist damit schon mal fertig. So, Keramikleuchte. War das jetzt richtig? Ja, war richtig. Einfacher Schemel, kommt dahin. Ja, das ist doch jetzt scheiße hier, ey. So, da soll er hin. Der Topf kommt nach außen. Ey, jetzt geht mir hier der Nächste auf den Sack, oder was? Also nach dem Part werde ich offscreen wahrscheinlich das Badehaus woanders hinsetzen. Das ist ja nervig. So, einfache Badewanne, die kommt noch da. Ja, jetzt geht doch. So, was fehlt uns jetzt? Wasch-Zube. Wann habe ich ein zu wenig gemacht, okay? So, Stoffsäcke. Die habe ich, glaube ich, gar nicht, ne? Naja, die Fit... Ne, da oben sind sie. So, und wo sollten die jetzt hin? Oh, dass mir jetzt hier einer von diesen komischen Wasch-Zubehren da gefehlt hat. Das ist ja doof. Vor allem, weil das gar nicht angegeben war. Ich sollte nur drei davon haben. Was? Ach, lol. Ja, Badehaus ist fertig. Haben wir noch mehr Licht? Nö, müssen wir erst bauen. Okay. Ja, aber Leute, das war's dann mit dieser Folge. Okay, wir lernen noch was Neues. Badehandtuch. Bringt Abwehr. Gut. Stufe erhöhen. Das machen wir jetzt noch zum Abschluss dieses Parts. Wow. Stufe 3. Ah, wir haben wieder neue Freunde. Cool. Und was erfindest du jetzt? Ja, ein bisschen was haben wir gelernt, ne? Ja. 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 Tagadagrrr Ich komme zur Hilfe So, wo sind jetzt meine Treppen? Hey! Lol, was macht der denn hier? Der ist ja einfach hier bei mir reingekommen Ja Leute, auf jeden Fall Gut, schließt euch an Genau, macht das mal Ja Leute, auf jeden Fall sage ich schon mal Wenn euch dieser Part gefallen hat und ihr die Fails mögt Dann lasst doch gerne einen Daumen oben da Schreibt mal was in die Kommentare Vielleicht ein Feedback, was wollen wir mal bauen und so weiter Dann wünsche ich euch bis dahin viel Spaß und wir sehen uns Ciao! Ciao!